Zwei Schädel, zehn Knochen. Schädel? Ja, Schädel habe ich so weit. Zehn Knochen? Ich habe nur einen. Jetzt fehlen noch zehn Knochen. Da, wo bist du? Da, hier hast du einen Knochen. Das ist nicht schneller nach. Noch acht. Drei Knochen habe ich auch nicht. So, da geht es schon mal rein. Da könnt ihr ja schon mal schauen, was ich da vorbereitet habe. Oh, noch mal. Warte, Jan, ich kriege Knochenknochen. Wir bekommen nämlich einen ganz exquisiten und gut aussehenden Kronleuchter. Oh, okay. Ich speichere mal. Eines Menschenjägers würdig. Ja, speichere mal. Stimmt, speichern werde ich auch schnell. Dass, falls was passiert, Kuh speicher du auch mal. Ich muss doch mal gucken, ob ich den Spielstand irgendwie auf eine Cloud bekomme. Alter, was für ein Sturm. So, gespeichert ist. Meinst du, kann ich mich jetzt kurz ausloggen und das Spiel neu starten bei mir? Mal schon, ja. Das müsste jetzt gehen, oder? Teufel, was meinst du? Mal schon, ja. Das müsste, das müsste. Das dürfte jetzt nichts mehr passieren, weil er ja... Weil er gerade gespeichert hat. Ja, genau. Bei mir war das Problem, wir waren in der Höhle, sind weitergegangen und ich habe mich gespeichert, dass mein Ding weg war. So, jetzt beendet das Spiel, ach da. All das, wo wir in der Höhle waren und das hat er dann nicht mehr gesehen. Langsam tut schon mein Arsch dich vom Wort sputzen. Doch nicht. Ich kann mich nicht lang nehmen. Komm, wir machen viel. Bitte, bitte. Ich bin doch erst seit sechs Stunden am Stream. Ich muss mal sagen, das macht wahnsinnig viel Spaß mit euch. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Das wollte ich eigentlich. Du hast, du hast, finde, sauberes Wasser, gut, dass ich hier hinten einen Water Collector aufgestellt habe. Hat noch jemand einen Schildkrötenpanzer mitgenommen, war so schlau. Teufel. Hm, ich habe meinen noch. Dann komm mal bitte her. Dann will ich nämlich nochmal einen Water Collector aufstellen. Du, wir haben doch Soda bis zum Toten, zum Leck mich tot. Glaub mir, das werden wir noch brauchen. Das werden wir definitiv noch brauchen. Was? Kuh, keine Angst. Kuh hat gerade gemeint, wir haben doch Soda bis zum Unfallen. Wie gesagt, das werden wir definitiv noch brauchen. Naja. So, ich habe meine Ausfüte, den war auch noch besser. Äh. Wie finde ich denn euch jetzt? Achso, warte mal. Wahrscheinlich kann ich hier so übertassen. Nein, gar nicht. Ich muss dich einladen. Ähm. Ja, da hört mich ein. Ähm. Ja, da hört sich an das Feuerchen. Oh. Uh. Heiß gestellt. Ich habe jetzt hier zu drehen. Geile Idee. Obwohl, äh, wenn man mal die Hasen vergleicht, ich glaube, meine sind nicht mehr so die Besten, wa? Denk ich. Mensch, warum kommen denn gerade keine Ureinwohner mehr? Wir haben Angst. Oh meinst, das ist doch ihr Dorf. Eben. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben nur in der Nachbarschaft gebaut. Tut mir ja leid. Ja, eigentlich wäre das ja kein Problem, ne? Aber wenn die uns nicht immer ankotzen kommen würden, ne? Ja, eben. Wir könnten glücklich nebeneinander leben. Aber die... Moin, Aveli. Moin. Na, alles wird bei dir. Moin. Toll. Ja, geht so. Weihnachten halt. Habe ich immer ein bisschen schlechte Laune. Weil ich mag Weihnachten nicht. Habe ich schon als Kind nicht gemacht. Ja, noch ein, äh, Ureinwohner. Da. Mäh, du Arsch. Hey, Q ist ja schon wieder da. ich bin ja schon am kraften wieder du hast ihn getötet ja wir brauchen im moment knochen weil wir wollen es uns gemütlich machen ich habe mich schon mitbekommen bei mir wird kein counter strike mehr geben also zumindest vorerst schön bei mir wird es vorerst kein counter strike mehr geben durch so einen dummen sohn habe ich ein wachband bekommen weil wir uns die gleiche nummer geteilt haben für prime der typ hat offenbar reingehackt ich nicht und trotzdem krieg ich ein wachband ich hab mal deine haare nein ich war doch 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 leider ich mein david so also rein theoretisch gespeichert haben wir wie spät wird es wohl sein dürfte wohl demnächst abend werden war dann schlafen wir noch mal speichern nah am schlafen ja schlafen nach dem schlafen würde ich sagen speichern wir noch mal ab und dann geht es wieder runter in die höhle war ja und davon anfangen an zu lassen wegen teufel er hat auch noch sorry gesagt aber ich frage mich wegen was also jetzt müsstest du dich eigentlich wegen dem sorry entschuldigen wir brauchen uns jetzt noch nicht hinlegen kinder noch ist es tag wenn wir uns jetzt hinlegen es ist nach wenn wir aufstehen guck mal sie du vor mir was für ein sparten also ist ja so richtigen so ein richtiges wie du machst auch hier mal auch kann ich mal an wenn du schaust mich an geschossen boden an jetzt schaust ich habe jetzt noch ich hatte nach oben ja ja gut und gut du siehst aus wie sind die von marzahn habe ich eigentlich auch was auf den kopf ja haare weil ich meine von der ding verrüstung der mutanten fuß der lachen also kunus und ich wir haben in letzter zeit viel wingman gespielt wurden auf gold 2 1 gerankt und dann kam eben die scheiße wir sollten vielleicht schon eine zweite bank oder kannst du dich jetzt noch hier auf die teufel setzt du dich noch mal und kuh wird zumal versuchen dich auch zu setzen geht nicht zu dritt probier's mal ja ok komm ja schon ich will ja noch die eine fehler auf mir noch ach so nee geht nicht geht nicht ok haben sie den bug gefixt dann sollten wir uns nämlich noch eine bank gönnen holz haben wir hinten glaube ich noch mal das ist schon gut ok ja ich wünschte ich würde es soweit bringen aber ich habe das unfassbare glück das wirklich regelmäßig an idioten geraten kuh wie gesagt mit kuh habe ich in letzter zeit sehr viel matchmaking na gut ringman gemacht ja komm ich hab mich auch richtig zu mir so heute haben schon was vor so guck mal ich mache euch noch ein romantisches licht jetzt gehen ins haus und lass uns hier alleine während ich jetzt schlafen gehe dann kann das doch das fenster zuschauen ich sehe ich sehe wie teufel brennt er steht auf und steht teufel ist feuer und flamme finde ich gut ich sehe es 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 ja das auf jeden fall abeli so und jetzt nochmal speichern ja und dann können wir runter nein ich wollte nicht das buch drauf machen was sind jetzt passiert hä war es kurz tag und nacht und hä hä wollen wir jo ich warte nur auf euch ja ich ich hier hinten ach eh wieder da rein ja 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 wollt ihr nichts essen oh doch wäre ganz geil kuh muss kann sein dass du gerade aus dem spiel fliegst ja schaut ganz so aus äh haben wir denn schon was trockenes ich habe noch keine ahnung das ist eigentlich auch gar nicht mal so übel ich habe gerade wieder kundschaft gehört für uns ja knochen host antwortet eh doch vom antwort der hosten nicht hoas ich antworte dir wo wackelt hier hin und her und die eine bahn springen und immer um Kürtel ja jetzt würden wir noch Zeit von mir ich will nicht sterben da Prozent 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 er ist er weg der Weg Was schreist du hier so rum, Olle? Meine! 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 Ja, stech den bösen Boden ab. Nee, ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Auf der einen Seite hätte ich schon wieder Bock, ein bisschen CSGO zu spielen. Das würde aber bedeuten, ich müsste mir einen komplett neuen Account machen, der schon steht. Und müsste mir nochmal CSGO holen. Wenn ich es jetzt holen muss, ist es praktisch, aber dann müsste ich halt wieder einranken. Ja gut, einranken, das wäre ja das kleinere Problem. Nee, aber das würde auch bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich CSGO spielen will, dass ich mich dann umloggen muss. Ja gut, das stimmt. Und das würde mich schon hart ärgern. Ja gut, aber... Weg mit dir, du Vogel! Geht doch. Eine andere Möglichkeit hast du ja nicht. Jep, nur durch einen dummen Klein. Aber bei mir spinnt er das ganze Ding jetzt inzwischen herum und... Sitz aber auch sowieso schon, dass ich wieder ein Schlafrücken und ein bisschen kriege. Äh, ab Montag muss ich... Das heißt, Q macht Feierabend für heute. Q ist jetzt raus. Okay, machen wir beide noch weiter, Teufel? Oder willst du auch Feierabend machen? Jo, bis dahin, wo ich... Komm mal so ein Tief. Buh! Och Mann. Buh, Kuh! Oh, Teufel getroffen. Ah! Buh, Kuh! Ja, Kuh getroffen. Hä? So eine Kuh? Buh, Kuh! Ganz knapp. Na, da. Da warst du. Buh, ich werfe dich gerade mit Tänzbällen ab. Bin wir schon raus aus dem Spiel. Bei mir steht er noch. Buh! Bei mir steht er noch. Bei mir steht er noch. Buh! 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 Ja komm, geh mal runter, Teufel! Auf mein Alkohol. Nimm nen Ball mit! so in welche richtung mussten wir in diese probleme gehabt hier liegt wieder alles für den nächsten stream würde ich mich mal informieren wo wir dann zum beispiel tauchausrüstung herbekommen und wo wir dann zum beispiel auch den rest herbekommen wie katana und co dann weiß ich wo die höhe ist das ist kein thema ja aber nach dem was ich weiß brauchst du da mittlerweile eine sauerstoffflasche ich hätte mir vielleicht ein paar neue flares holen soll ich hab noch in der kürze hat dann brauchst du keine sauerstoffe hier sind wir aber vorhin nicht lang gelaufen hier ist sowieso in der kasse keiner haben wir ok ja das wäre interessant